Hallo zusammen, ich bin wieder heute Laren, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten aus der Garnition öffnen und zwar insgesamt 20 große Kisten mit Bergmussgut und ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Ich brauche hier nämlich noch zwei Shami-Items, einmal die Stuhl und einmal den Gürtel brauche ich, also Wellensprecher-Gürtel, Wellensprecher-Stiefel und ich würde sagen, wir ziehen die jetzt heute beide raus, oder? Was meinen da? Also, als allererstes haben wir direkt Handschuhe bekommen, die brauchen wir nicht. Dann haben wir ein Gear-Upgrade, ne, das Gear-Upgrade habe ich vorhin gerade schon bekommen. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir die Stiefel, wunderbar, drei Dinger und direkt schon Stiefel, perfekt. Schauen wir mal weiter, ob der Gürtel auch noch drin war, jetzt wollte ich schon Handschuhe sagen. Ah, Gear-Upgrade. Nochmal ein Waffen-Upgrade. Mhm, 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 die Faustwaffe ist drin, also haben wir auf jeden Fall schon ein paar Items bekommen. Sonst gibt es halt immer ein paar Garnisons-Ressourcen noch zusätzlich und hier ab und an auch noch ein paar von den, ähm, ja, Materialien. Ein bisschen Kräuter, ein bisschen Erze, ein bisschen Leder, sowas ist da alles mit dabei. So, komm, 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 gib mir das letzte auch noch. Ach, der Gürtel. Sieben haben wir noch. Sechs. Fünf. Äh, rückt mir das letzte Item raus. Ne, sieht irgendwie schlecht aus, ne. Ich kriege nur noch Ressourcen hier raus. Und das letzte Karte. Naja, aber ein Item ist schon mal besser als nix. Das freut mich auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir nur noch, ähm, einen Shami-Item. Und ja, dann sind wir jetzt insgesamt auf elf runter. Mal gucken, vielleicht habe ich beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Glück und ziehe dann, ähm, vielleicht zwei Items raus. Aber mit einem bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Gut, damit sind wir durch mit einem kleinen, ähm, Opening-Video. Bleibt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tillor. Bis zum nächsten Mal. Ciao.